Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video direkt vom Caravansalon in Düsseldorf, die größte Campermesse weltweit. Wir zeigen euch natürlich ein paar coole Mobile, aber auch ein paar coole Ausbauteile und wir haben eine echte Innovation für euch abgefilmt. Das wird dann mehr im Video gezeigt. Bleibt dran, wird spannend. Als erstes möchten wir euch einen kleinen Überblick über so eine Messehalle verschaffen. Da gibt es verschiedene Hallen, eben welche mit Caravans, aber auch welche mit Zubehörteilen. Und eins ist klar, dem Camperherz bleibt kein Wunsch offen, denn dort ist wirklich extrem viel geboten. Und das Ganze noch bis zum 4.9., also noch eine ganze Woche. Wir sind jetzt bei Ahorn Camp. Ich bin die Franziska Reichmann und ich leite bei Ahorn Camp die Marketingabteilung. Und bin froh, dass ihr heute an unserem Stand seid, damit wir euch ein paar von unseren Modellen zeigen können und euch auch ein bisschen was zu Ahorn Camp erzählen können. Ja, sehr gerne. Dann fang doch gleich mal an mit den Modellen. Wir haben eine breite Modellpalette und das startet bei unserem kleinsten Fahrzeug, dem Van City. Der ist gerade mal 4,99 Meter lang und ist das optimale Fahrzeug für eine Work-Life-Balance. Also unter der Woche in der City unterwegs, den Umzug und noch die ganzen Kinder mit einpacken und am Wochenende dann einfach mal ein schönes Wochenende in der Natur haben. Dann haben wir auch noch Camper-Vans auf Renault-Master-Basis. Die sind dann nochmal ein bisschen komfortabler mit Kühlschrank, mit Küche und mit Bad. Und wenn es dann noch größer und komfortabler sein soll, dann haben wir auch einige Wohnmobil-Modelle. Alle auf Renault. Es sind ja riesengroße dabei, vom Kastenwagen bis zum Alkofen. Es ist ja ein Wahnsinn, was ihr an dem großen Messestand auch hier habt. Eine Frage von meiner Seite aus. Ihr seid 30 Jahre jetzt alt geworden, oder? Genau. Wir haben letztes Jahr 30-Jähriges gefeiert. Wir wurden damals nämlich in der Gemeinde Ahorn gegründet im Odenwald und hatten 2013 unser Relaunch mit neuem Standort, neuem Team, neuen Modellen. Und seitdem sind wir eben sehr stark gewachsen und sind jetzt auch happy mit so einem großen Team und so einem großen Stand auf der Messe zu sein. Und was zeichnet uns eigentlich aus? Wir haben Fahrzeuge, die vor allem auch für Einsteiger geeignet sind. Also selbst wenn man jetzt ganz neu dieses Camping-Erlebnis leben möchte und ein eigenes Fahrzeug haben möchte oder sogar auch nur mieten möchte, ist es eben auch mit uns möglich, mit unserer Ahorn-Rentvermietmarke. Die Fahrzeuge sind sehr modern gestaltet. Wir haben ein tolles, modernes Design und arbeiten eben sehr lösungsorientiert und nutzerfreundlich. Und das Ganze immer auf dem sicheren Renault-Chassis. Und was mir auch ganz wichtig ist, oder was ein nicht wegzudenkender Punkt ist, ist, ich kann ja mit dem Renault in jede Renault-Werkstatt. Und Renault, wenn ich richtig überlege, ich bin so ein bisschen autoaffin, ist einer der größten Autohersteller. Das ist eigentlich ein sehr, sehr cooler Punkt, weil ich kann es überall richten und reparieren lassen, soweit, oder? Genau. Wir haben nämlich auch drei eigene Niederlassungen deutschlandweit. Aber wir arbeiten auch mit 40 Renault-Partnern zusammen, wie du gerade schon gesagt hattest. Also man kann einfach auf der Webseite seine Stadt eingeben und findet direkt im Umkreis einige Renault-Autohäuser, die mit uns zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass man Service- und Dichtigkeitsprüfungen dann auch einfach um die Ecke erledigen lassen kann. Sehr gut. Vielen Dank, Franziska, an der Stelle. Gerne. Na, dann lass uns doch direkt mal in die Modelle schauen. Super, so machen wir das jetzt. Jetzt geht's auch gleich los zu unseren einmal teilintegriert und einmal Alkofen. Schauen wir mal rein, oder? Wenn Platz ist. Ab geht's in den Alkofen. Kommt mal mit. Also, hier haben wir schon mal die Sitzecke. Da kann man übrigens den Tisch in alle Richtungen verstellen und verschieben. Ich muss gerade... Ui, schaut mal, das ist echt genial, finde ich. Und runter geht's übrigens auch noch. Denn hier oben im Alkofen habt ihr ein, vier, zwei fixen Betten. Und das finde ich auch super geil. Da kann man oben liegen und unten kocht einer. Denn hier auf der anderen Seite ist natürlich die Kochnische. Mit drei Platten sogar. Und hier natürlich der Wasserhahn. Alles schön klein verstaut. Und hier drüben das Badezimmer. Man kann die Dusche auch nach draußen ziehen. Das ist uns immer wichtig, weil wir werden das vermutlich als Stauraum umfunktionieren. Aber wer möchte, kann natürlich auch innen duschen. Und hier hinten noch mal zwei fixe Betten. Da hätte ich allerdings den etwas kleineren im Auge. Der hat dann hinten auch noch mal, so wie im Alkofen, so ein Schrägbett. Der ist jetzt 6,90 Meter. Das ist schon ganz ordentlich. Aber natürlich dementsprechend ein gigantisches Raumgefühl. Soft-Close-Scharniere. Und ja, Lichter mit Touch hieß es. Aber das ist kein Licht, sondern das hier. Für uns natürlich auch besonders interessant, die Heckgarage. Weil der Plan wäre eben, zwei Fahrräder in die Heckgarage zu tun. Und zwei dann hinten drauf auf den Fahrradträger. So, dass man eben, wenn man nur mit zwei Bikes unterwegs ist, die Möglichkeit hat, ohne Fahrradträger zu fahren. Oder eben auch, wenn man im Winter unterwegs ist, die Fahrräder nicht dem Salz der Fahrt ausgesetzt sind. Oder wenn Petra nicht brav ist, dann kommt sie einfach in den Kofferraum. Ich bin der Busfahrer. Und Petra hat euch jetzt den Alkofen vorgestellt. Und ich zeige euch jetzt mal den teilintegrierten. Der Unterschied ist, der Alkofen hat ja diesen, ich nenne ihn Bauch nach oben, wo man noch zwei Schlafplätze hat. Und bei diesen hier kann man ein Bett innen runterfahren. Man sieht es auch hier an der, das ist der Ahorn Camp T640. Sieht man es recht gut. Nacht Bett runter, Tag Bett nach oben gefahren. Dann schauen wir jetzt einfach mal rein, was es so gibt. Wow. Das ist der teilintegrierte. Hier kann man sozusagen, wenn man schlafen geht, das Bett komplett runterholen. Was jetzt leider nicht möglich ist, weil die Zündung nicht an ist. Aber das sieht man hier oben. Also hier kann man es dann runterfahren. Ja, große Sitzbank plus die zwei Fahrersitze zu drehen. Ein bisschen anders. Die Küche ist hier auf der rechten Seite. Und ich habe hier hinten komplettes Bad. Wow, das ist ja groß. Plus leider kleinere Heckgarage. Aber deswegen gibt es ja zwei Stück. Für jedes Bedürfnis ist es praktisch das Richtige. Ich kann hier ganz normal sitzen. Und hier ganz normal duschen, wenn ich will. Hier ist dann noch der Schrank. Wow. Hier sind noch Schubladen. Wow. 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 Perfekt. Großes Bad, wer es mag. Kleine Küche, aber auch mit drei, oder? Ja. Ein Herd mit drei Gasflammen. Und hier wiederum das Gleiche. Ah ja, genau. Wie bei Petras. Wow. Und hier ist die Sitzecke. Den kleinen, den gibt es in zwei Varianten. Einmal das Dach nach vorne. Einmal das Dach nach hinten aufgestellt. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Bei dem Dach nach vorne aufgestellt hat es einen relativ normalen Aufbau, so wie man den gewohnt ist mit Küchenzeilen. Aber hier hat es hinten ein Klo drin. Also quasi eine Art Badezimmer. Und das macht diesen Van hier sicherlich ganz besonders, wem es wichtig ist, auch in der Kompaktklasse im Bus aufs Klo zu gehen. Oder auch zu duschen. Der ist hier dann richtig aufgehoben. Trotzdem natürlich auch ein bisschen Ablagefläche mit Küchenzeilen. Und natürlich kann man das Bett auch ganz normal runterklappen, um zum Schlafen. Bei dem gewohnten Aufbau, da habt ihr eben hinten natürlich kein Klo drin, sondern so die Hinterseite von der Rückbank und habt die Küchenzeile wie gewohnt ganz normal. Auf der Seite ist die Küchenzeile quasi wie gewohnt. Ahorn schaut auch in die Zukunft. Hallo Jasper, was hast du hier im Portfolio? Genau. Moin. Ich bin Jasper von Revotion. Und wir haben hier zusammen mit Ahorn Camp ein Pilotprojekt aufgebaut. Das bedeutet, wir als Revotion machen Caravans und Boote Smart. Und so haben wir eben durch Ahorn die Möglichkeit gehabt, jetzt dieses Fahrzeug speziell exklusiv für die Messe umzubauen. Das heißt, wir können wirklich alles an Bord steuern. Jedes elektronische Gerät. Es geht uns darum, wirklich weg von diesen Einzelpanels, von diesen kleinen Mini-Anzeigen, die teilweise auch noch in Schränken versteckt werden, hin zu wirklich einer großen zentralen Steuerung, mit der man wirklich alles an Bord vernünftig und mal modern, ein bisschen sexy angegangen steuern kann. Heißt, ich kann über jedes Tablet, Smartphone etc. über diese App gehe ich mal von aus, das dann bedienen? Ganz genau. Wir haben sowohl ein Touchpanel, was fest angebaut ist, damit man einfach seine bekannte Steuerung an der gewohnten Stelle hat. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über unsere App, sowohl halt dazu noch hier vor Ort zu schalten, zu steuern, aber eben auch aus der Ferne, weil wir das Ganze mit dem Internet verbunden haben. Das heißt, man kann wirklich jede Funktion, die man vor Ort kann, also Lampen schalten, das können wir uns gleich mal angucken, Lampen schalten, Sensoren auslesen, Standort checken, kann man eben auch aus der Ferne. Ah, perfekt. Also wenn ich auf der Biketour unterwegs bin mit Petra, kann ich schauen, wie mein Ladestand ist und wie es so aussieht in meinem Ahorn-Camp. Ganz genau. Alle Füllstände, alle Ladestände, überhaupt könnt ihr checken, dass es überhaupt noch da steht. Das ist auch schon mal sehr wichtig. Von daher auch dieser Sicherheitsaspekt ist auf jeden Fall großgeschrieben da. Also ich kann mich benachrichtigen lassen, auch habe ich das richtig verstanden, wenn irgendwas ist, wenn das Auto bewegt wird oder sonstige Sachen. Genau. Dadurch, dass alles schon digital ist, können wir eben auch digitale Alerts rausschicken, zum Beispiel ans eigene Handy. Das geht bei einfachen Füllstandswarnungen los, so hey, Grauwasser ist bald voll oder geht auch weiter dann hin zur Batterie. Gerade Tiefenentladung ist ein riesiges Problem und da warnt halt unser System dann davor, weil es eben digital ist und das erkennt. Und ihr seid ein Start-up, was einfach aus einer Idee zu einem Start-up geworden ist. Ganz genau. Wir kommen eigentlich aus der Bootsbranche, haben da unser erstes Fahrzeug umgebaut, kam tatsächlich aus einer Idee, dass ich damals neben der Schule noch das Familienboot meiner Eltern restauriert habe, da irgendeine Steuerung für brauchte. Dadurch habe ich dann über die Uni meinen Kollegen und Co-Fauner kennengelernt, der eben das Technische übernimmt und so kam eins zu anderem. Mega. Willst du dein Alter noch verraten? Ich bin aktuell 21. Oh, Petra, wir werden alt. Scheibencluster. So, jetzt können wir mal reinschauen. Genau. Dann gehen wir mal rein. Jetzt bin ich mit Jasper mal nach drinnen gegangen. Hier ist das Display, Jasper, oder? Ganz genau. Hier sehen wir die zentrale Steuereinheit und man sieht keine Einzeldisplays, sondern wirklich ein einziges großes Display. Und hier sehen wir alle Aspekte vom Fahrzeug, die man sich irgendwie wünschen kann. Ich würde sagen, am besten probierst du es selber einfach mal aus. Okay, also ich kann jetzt hier einfach draufklicken. Ich bin in Düsseldorf. Genau, genau. Also zum Beispiel... Warte mal bitte. Dann könnt ihr beide... Nee, warte. Dann könnt ihr... Genau. Karte kommt noch tatsächlich. Aber alles andere hat man sowohl die Gesamtübersicht über die Widgets als auch, wenn man zum Beispiel draufklickt, nochmal eine erweiterte Ansicht halt über die Information. Zum Beispiel und eigentlich mit das Coolste und Sinnvollste ist eigentlich die Energieüberwachung, weil wir nicht nur sagen können, was genau rein und raus geht. Also nicht nur einfach über die Spannung gehen, sondern wir können genau sehen, was rein geht. Aber, und noch viel cooler, wir können auch sagen, woher der Strom kommt. Das heißt, man sieht halt hier, direkt in dieser Miniatur, auch mit dem kleinen Ahorn personalisiert, dass wir sehen, es kommt gerade was vom Ladenstrom rein. Wir verbrauchen auch gerade was. Also in Summe haben wir gerade, laden wir so gesehen, mit 7 Watt, weil es eben voll ist. Wenn jetzt zum Beispiel die draußenstände und die PV-Anlage funktionieren würde, würde man auch genau sehen, was durch die PV-Anlage reingeht. Mit dem Ladebooster exakt das Gleiche. Und allein schon überhaupt mal eine Prozentanzeige zu haben, ist auch schon mal, ich sage mal, beim Camping nicht ganz Standard, sagen wir es mal so. Und das beschreibt eigentlich ziemlich genau unseren Ansatz, dass wir eben Technik vereinfachen wollen. Wir wollen nicht mehr Arbeit schaffen, mehr, mehr, oder wir wollen einfach Sachen intuitiver darstellen. Und die, der kennt es vom Handy, 0% ist 0%, 100% ist voll. Aber warum komplizierter machen? Ja, sehr cool. Das heißt, eine persönliche Frage habe ich dazu noch. Wenn ich meinen Akku vom E-Bike in diesem Camper angesteckt habe, ist es dann möglich, diesen Akku auch rein theoretisch hier aufploppen zu lassen und sehen, hey, der hat jetzt 85% geladen? Theoretisch wäre es möglich tatsächlich, weil wir eben ein komplett modulares System haben. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine Box, wo so alles angeschlossen wird, sondern wir haben einen Hauptcomputer und dazu dann ganz viele Module. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so WLAN-Steckdosen im Smartraum. Und dadurch kann man sich die Module zusammenstecken, wie man will. In dem Fahrzeug hier haben wir 14 Module verbaut, die hier ringsherum einmal verlegt sind zu den Endgeräten, die halt auch dann die verschiedenen Funktionen haben. Aber theoretisch wäre das möglich, ja. Mega geil. Und auch für alle anderen Fahrzeuge, die das nachrüsten will, seid ihr bestimmt gewahrt mit, oder? Ganz genau. Man muss sagen, hier, Ahorn hat einen richtig geilen Move gemacht, dass sie uns die Freiheit hier gelassen haben, dass sie uns hier wirklich das Ding hingestellt haben, gesagt haben, macht mal was Geiles draus. Von daher mega, mega cool. Aber wir werden auch das Ganze zum Nachrüsten machen. Und gerade da ist es super interessant, weil es eben so super einfach funktioniert. Man kann sich wirklich diese Module überall ranstecken, überall, wo man Strom hat, einfach an 12 Volt ranhängen. Und über die App konfiguriert man dann, was es genau ist. Also ist es zum Beispiel Frischwasser, man kann das Icon auswählen. Bei den Schaltern zum Beispiel kann man genau sagen, was es ist. Und so macht man eben seine persönliche Steuerung, baut man sich so selbst zusammen. Perfekt, Jasper. Das ist erstmal viel Information. Vielen Dank an der Stelle. Gar nicht für. Viel Spaß noch. Was würdet ihr denn von so einer zentralen Steuereinheit halten? Ich stelle mir das ziemlich cool vor, weil ich bin tatsächlich immer am Abchecken, was macht der Batteriestand, was macht der Wasserstand, was macht das Solarpanel und, und, und. Für uns ging es dann aber schon wieder weiter. Und wir haben dieses coole Mobil mit sehr viel Solarpower und Sternenhimmel entdeckt. Wie hätten wir da nicht mal fragen können, ob uns das der Hersteller oder besser gesagt der Selbstausbauer vorstellen könnte. Maik, Servus. Servus. In Bayern sagt man Servus. Hier auch. Hier auch. Wir sind jetzt an deinem Van hier vorbeigegangen, wollten jetzt einfach, haben mit der 360 gefilmt, wurden schon ein bisschen böse angeguckt, haben dich dann kennengelernt, ganz spontan. Nicht von mir böse angeguckt, ne. Ich war gut. Du hast einen mega geilen Van, der auf jeden Fall einen Wow-Effekt hat. Willst du kurz mal erklären, was du dir dabei gedacht hast, was deine Philosophie ist? Die Philosophie bei uns ist halt, komplett individuell zu bauen, also immer auf Kundenwunsch. Hier war ich halt mein eigener Kunde und, ja, hab halt hier gesagt, so, hier machen wir mal wirklich das Maximum, was geht. Also, es kommt immer wieder was Neues dazu, weil der stand ja letztes Jahr schon mal hier. Wir haben jetzt gesagt, von wegen, wir stellen ihn nochmal hin, um den Leuten auch zu zeigen, wie der Ausbau noch einem Jahr noch ausschaut. Haben jetzt quasi das mit der Hängematte noch gemacht, vorne den Schutz noch vor der Winde und halt Sternenhimmel noch komplett nachgerüstet. Aber das habt ihr ja, glaube ich, eben schon gefilmt. Und ansonsten, ja, Philosophie, wie gesagt, Individualausbau und immer nach Kundenwunsch. Und hier ist halt wirklich das Extreme, was geht. Speziell, ich wäre fast schon hier runtergefallen, weil das so hier aussieht, plopp, aber ich hoffe, das kommt auf der Kamera rüber. Ihr habt einen speziellen Abwassertank, hast du gesagt. Ja, genau. Ich habe einen eigenen Abwassertank entwickelt, der direkt halt das eine Luftrohr da, quasi warme Luft reingeführt wird, weil im Winter hast du eh die Heizung an, wenn du einen Wassertank beheizen musst. Ansonsten musst du es halt mit einer elektrischen Sonde machen und die meisten haben dann halt zu wenig Strom im Auto oder wie auch immer oder wollen den Strom dafür nicht verbrauchen. Der hat ungefähr 65 Liter, passt genau in diese Mulde rein und nimmt dir keine Bodenhöhe weg. Also hat auch eine Wandstärke von 1 cm Dicke, sodass du halt wirklich nicht, wenn du mal aufsetzt, irgendwie den ganzen Tank aufreißt. Das heißt, ist für mehrere Fahrzeuge oder nur in dem Fall, ich glaube, das Mercedes Sprinter, oder? Genau, bei dem ist es jetzt von Mercedes Sprinter gedacht, passt aber dann auch unter den alten 906 und sprich auch unter den alten Crafter. Bei den neuen passt es nicht, weil da haben sie ja jetzt Eigenbau, aber wir sind dann jetzt auch schon dran, den noch für hinten zu bauen, quasi wo normalerweise das Reserverad sitzt. Dafür da will ich ihn jetzt auch noch machen, weil die ganzen Igelhautfahrer, die dann den großen Diesel-Tank haben, dann geht der Diesel-Tank ja wirklich hier bis nach ganz außen, dann passt der auch wieder nicht. Dann müssen wir halt, da wollen wir halt jetzt noch einen Tank für hinten machen, dann muss man halt mit einer Bilgenpumpe arbeiten, dass man halt das Wasser nach hinten pumpt. Mike, deine Anbauteile sind ja auch mega geil. Sind die auch komplett von euch, oder wie ist da der... Die ganzen Anbauteile beziehen wir, wie man hier auf der Beachflake sieht, von Overland Equipment. Das baut der Christian von OVI alles für uns. Auch immer so nach Wunsch, wie wir es haben wollen. Also sprich, der baut die Dachträger ein bisschen spezieller für uns. Weil wir es bei dem zum Beispiel haben, wir haben oben drei Solarplatten drin liegen. Und da sind halt wirklich diese, sag ich jetzt mal mit dem Hartgehäuse, sind jetzt keine flexiblen. Und da hat dann den Dachträger wirklich so für uns angepasst. Frage von mir, Gewicht, wo liegen wir bei dem Auto? Bei dem liegen wir jetzt bei 3,8 Tonnen. Aber mit 140 Liter Wasser schon drin. Ne, sogar 148 Liter Wasser drin. Und Diesel-Tank voll gewesen. Okay, 8 Liter in München, Bier trinken ist kein Problem. Jetzt ist es Oktoberfest. Aber ja, bist du herzlich eingeladen. Wenn du da bist, komm vorbei. Danke an der Stelle, Maik. War sehr, sehr cool. Und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht noch mal kurz nach drinnen filmen, weil oben war ja schon der Hammer. Jetzt dürft ihr auch noch einen Blick ins Fahrzeug werfen. Wow, mit Sternenhimmel. Wie genial. Von den Campern geht's in die Ecke zum Zubehör. Weil was hilft der beste Camper ohne dem richtigen Zubehör? Schauen wir mal, was es da so gibt. Daher sind wir schon an der richtigen Sache, weil Petra möchte ja immer ihre Lichterkette. Und jetzt hätten wir ein LED-Band, wo wir den kompletten Camper ausleuchten können, oder? Bitte sagt Nico, das Lichterkette und LED-Band nicht das gleiche. So kitschig. Krass, gebt euch einfach auch mal dieses Monstrum. Da bräuchte ich einen anderen Führerschein. Wir sind jetzt bei der Energie angekommen, weil nichts ist wichtiger als Strom im Bus zu haben. Gerade jetzt mit dem Thema E-Bike, Föhn, was man nicht alles betreiben will. Du wirst lachen, mir ist das ganz schön wichtig. Und dementsprechend, ich habe gehört, bei euch kann man mehr aus dem gleichen Glatz rausholen. Das ist richtig. Aber den Föhn brauche ich auch. Also so ist es jetzt nicht. Ich habe diese Technik natürlich schon seit anderthalb Jahren in meinem Wohnmobil verbaut. Föhne mir die Haare, betreibe eine Senseo, was man so hat im Wohnmobil, Wasserkocher. Das ist natürlich mit diesen großen Batterien sehr viel leichter geworden, weil wir hier eine 300 Ampere Stunden Untersitzbatterie haben, die wir unter dem Beifahrersitz unterbekommen mit den Maßen. Die sind etwa doppelt so groß wie die herkömmliche 100 Ampere Stunden Batterie, die wir hier sehen können. Gewichtsmäßig ist es etwa gleich das Dreifache. Also da hat sich nichts, ich habe keine zusätzliche Gewichtsersparnis. Wenn ich das allerdings mit der AGM-Batterie daneben vergleiche, die für sich genommen schon 27 Kilo wiegt, da bräuchte ich drei davon, eigentlich sechs, um hier die gleiche Energiemenge herausziehen zu können. Und da liege ich dabei weit über 100 Kilo. Und hier habe ich halt 35 Kilo. Und das ist doch entscheidend, gerade im gewichtssensiblen Bereich im Wohnmobil. Und ich glaube, die kann man auch komplett leer saugen, ohne dass sie Schaden nehmen. Und bei denen sollte man 40 Prozent drin lassen. 50 Prozent empfehlen wir Feierabend mit der Entladung. Und hier kann ich tatsächlich 90 plus X entnehmen. Ich sollte vermeiden, dass sie abschaltet, aber selbst wenn sie das tut, sobald ich lade, geht sie wieder an und dann wird sie vollgeladen. Also du würdest empfehlen, wenn man ein Wohnmobil hat mit AGM, dann sollte man lieber auf die Lithium umrüsten, weil man einfach mehr Freude im Betrieb hat? In jedem Fall. Also zum einen habe ich eine Gewichtsersparnis, kann die Frau wieder mit in den Urlaub nehmen. Zum anderen ist es einfach so, dass ich den saubereren Strom auch bekomme. Ich kann empfindliche Geräte betreiben. Es ist einfach sinnvoll. Und die Technik, die momentan abzudecken ist. Und was macht euch dann so besonders? Das kann ich dir gar nicht sagen. Also es gibt hier ganz viele Batterieanbieter, die ihre Produkte präsentieren und alle sind auf ihre Weise einzig. Wir haben allerdings so einen Comport an unserer Batterie. Das heißt, wir haben einen direkten Zugang auf die Software und können mit unseren Kabeln und mit einer speziellen Software die Batterie überprüfen, sollte es mal irgendwelche Probleme geben. Also das heißt, ich bin unterwegs, habe ein Problem, kann dann wieder zu euch kommen und finde relativ schnell eine Lösung. Sofort. Das klingt doch schon mal sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war es schon wieder von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.